Ich bin der Jonas, ich mache Ausbildung zum medizinisch-technischen Assistenten für Radiologie in Frankfurt-Höchst. Und das ist eine der Ausbildungen, die immer noch keine Auszubildendenvergütung bekommen. Das ist ziemlich scheiße, weil wir müssen dann nebenher noch irgendwie arbeiten gehen, damit wir überhaupt unser Essen, unsere Fahrtkosten bezahlen können. Das heißt, ich gehe zwei- bis dreimal die Woche abends noch arbeiten, neben der Ausbildung, manchmal auch noch am Wochenende, damit überhaupt irgendwie Geld da ist, um auch mal wegzugehen oder eben überhaupt zur Ausbildung hinzukommen.